Ich hätte gern noch für morgen vier Karten. Wir spielen morgen nichts. Ja, vier. Nein, wir spielen nichts. Ja, dann gibt's keine Karte. Für morgen nicht. Kaum abstellen. Ja, für morgen. Nein. Und telefonisch? Nicht. Ich bräuchte halt vier, tja. Einzelne auch nicht. Wir spielen nichts. Also es wär gar nichts frei. Richtig. Doch, nein, nicht eben. Und was hätt's kostet? 18 Mark, ermäßig 12. Ach, na nehm ich bloß drei. Was denn für vier Leute? Ja, die gingen da auf drei Stiehe. Da geht ne. In der Pause hätt einer gingen, bitte. Dass mer sich abwechselt, bitte. Einer wartet immer draußen. Na also, wie viel Pause gibt's? Drei, na lang, drei Karte. Für vier Personen. Ja, nicht im Haufe. Na ja, also. Geht's jetzt? Ja, Sie können eine Karte, können Sie haben sicher. Die wär reserviert. Auf Ihren Namen, ja. Ja, und wie mach ich das? Sie sagen mir Ihren Namen. Ja, und wie häuset Sie? Es ist wegen der Karte. Und es verpflichtet zu nix. Sie müssen halt die Karte abnehmen. Persönlich. Können auch jemanden vorbeischicken, gell? Ja, dann schaut sich's der an. Nein. Sie können Sie auch gleich mitnehmen. Das ging? Ja. Für welchen Tag? Kann ich erst mal Probesitze. Also, man sitzt überall. So? Ja. Und zäh auch das meiste, ja. Und 18 Mark ermäßigt zwölf. Und wann fangt's an? Um 20 Uhr. Auf Eleblitz. Für welchen Tag? Halbmorgen. Wir spielen morgen nichts. Ich bräuchte halt euren Platz. Ja. Wenn möglich vier. Es geht nicht. Ein einzelner auch nicht. Nein. Vier bloß auf euren. Nein. Ich tät erloi kommen. Nein. Ich erloi auf euren. Nein. Jetzt wieso? Das Theater ist morgen geschlossen. Ach drum, ja. Na nix, misse erloi nix. Nein. Weil erloi möchte ich nix. Nämlich nicht. Sam.